Moin Leute, Prost Neues für die Leute, die das Video gestern nicht gesehen haben. Nicht wundern, dass man Minecraft nicht Prost Neues gesagt hat, das ist die Folge schon länger her, die habe ich im Februar, im November aufgenommen, deswegen eigentlich was gemeint, dass es dieses Jahr kommt. Ja. Gut. Einfach nochmal Prost Neues, Leute, und ja. Weiß nicht, wie machen wir das jetzt? Gucken wir mal, ob bei unserem Pokémon vorbei ist. Klimfar, 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 Klimfar. Ähm. Wover B. Nein. Ah, da ist B. Verdammt, ich wollte aber gucken, wie wir Erfahrungspunkte brauchen. Bericht. Zwölf. Masse. Hör. Hör. Äh. Die kommt wieder raus. Mann. Wir warten, Leute, mit dem Pokédex, da weiß ich es nicht zu, weil ich habe ehrlich gesagt auch keine Daten darüber, ich packe den Pokédex mal kleiner, weil ich packe es mal kurz um. Verwörende Aufnahme das Ganze, so. Die Karte meinte auch mal ein bisschen, so. Den Pokédex mal ein bisschen größer, so. Ich habe es nochmal neu angeordnet. Damit habt ihr auch die Karte im Blick. Ja. 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 Gut. Nein. Die Karte. Das ist doch ein. Nein, zwei Papons. Die Karte, die wollen wir jetzt auch noch mal. Level 6 Klipp war recht, Level 6 Nice So Starlily, Level 2 Männlicher Fall So Und Flip war Oh, ein Schaden macht drüber Komm, ich darf betreten noch auf der Bestie Und der Alarm, ich will mir eigentlich auch eins fangen Ah, bitte komm mal mit, ich habe schon erwartet Was ist das Haus, das Frau fällt, das ist unser Pokémon, aber, Entschuldige Um, wir gehen einfach durch diese Tür und... BAM! Was zu... Oh, du bist... das... das... Dieser Heizmann ist gar nicht so ohne einen Cover. Er steht voll neben... den Schuhen. Ach, was soll das, Dad? Ich mach mich vom Acker. Bis dann! Ich geh nach Hause, Alter. Du wirst nie weit packen. Oh... Was war das denn? Du hast aber einen merkwürdigen Freund. Ich will ja nichts aufs Maul haben. Ich will ja nichts aufs Maul haben. Einfach für Leute, die es noch nicht gemerkt haben, das ist eine Anspielung auf Pokémon schwarz und weiß auf Enten. Junge, schneller! Na, wen haben wir denn da? Du bist so des, nicht wahr? Ähm, ja. Schauen wir uns doch einmal dein Pokémon an. Hm... Ah, verstehe. Dieses Pokémon ist ziemlich glücklich. Scheint ziemlich glücklich zu sein. Hm... Es war kein... Äh, kein Fehler... In dein... Opu zu... In deinem Opu zu geben. Würdest du ihm einen Spitznamen geben? Nein, ich bin nicht so ein Fan von Spitznamen. Ich bin nicht so ein Fan von Spitznamen. Oh man, ich hab kein Bock da jetzt bis vorzulesen, na Junge. Tut mir leid. Müsst du auch Pause machen, den Dialog zu lesen, weil es dauert etwas zu lang. Interessen von Spitznamen gibt es sap. Oh, wir sind 60 Jahre ein, ich hätte noch 200 geschätzt. Mann! Mein erstes Punkt war Pumpflap. Mann! Mann! Mann, das nervt, das fackt aber nur ab, diese langen Texte. Das! Das ist die M27, die M27-Fahrt. Ah. Verrückte. Ja. Mann, schneller. Ja, das ist Wahnsinn, Leute. Das habe ich einfach die ganze Zeit. Dialog, Dialog, Dialog. Teicherspringen ein bisschen verschneller? Nice. Tschüss. Oh, Medica. Hui. Alter, geht das schnell. Was? Ah, das ist ein bisschen zu schnell, warte, 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 warte. Auf einstellen, warte mal, so. Jetzt sieht es gut aus. Alter, ich muss Limitierung wieder reinpacken. Hupf. Warte. Bitte, Frau Lahn, danke, weil die einen Parallelübel nicht hab. So, dann würde ich sagen, meistens einen Druck, weil wir meinen haben. Oh, wir haben noch keine. So ein epic Fail. Das darf ich nicht so, wenn ich meinen selber Tag einsetzen. Oh, nein, nein. So, dann nicht daun. Stopp, Limpf-Arrakt Level 7. Da wurden immer ein paar Poké-Bälle auf jeden Fall. Und du bekommst jetzt einen Bonus-Premier-Ball, weil das Ding ist ja zu hoch, oder? Nein, ich will hier noch Gäste kaufen, alles klar. Nö, will ich nicht. Abbrechen! Nein! Danke. Die B-Tasse probiert auch gar nicht. Ist das geil. Das Spiel ist mega geil, das ist einfach... Ich habe seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Was? Ich hab das Gefühl, ich habe jetzt einen Starre-Lily finden. Starre-Lily-Level 2 erscheint. Das ist 5 Level wieder unter. Könnte aber gucken, ob wir Star Lily hier schon hochleveln. Oh, schönes Ding! Oranger Bereich. Wie nur die Premieren-Bahn, also die Premieren-Bahn. Ich bin ja auch froh, wenn er einfach nur mein Tickle würde kaufen, ein Glas und beigekriegt. Das ist anders aus, wenn sie... Danke dafür. Ich setze Tickle ein. Oh, bitte, 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 bitte! Und... Brenner! Star Lily wurde gefangen. Wir Star Lily, einzeln sind sie in... äh, sind sie schwach. Daher bilden sie eine Gruppe und werden diese jedoch zu groß. Äh, zanken sie sich. Rucke! Nein, Star Lily bekommt keinen Spitznamen. Star Lily wurde im Team hinzugefügt. Vielen Dank. Für Star Lily. Star Lily. Na gut, dann gehen wir mal wieder zu uns nach Hause. In einer Affen-Geschwindigkeit. Moment, äh. Hä? Ich kann einen Toroträder nicht ausrüsten. Bam, 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 boing! Tagebuch! Danke. Ach, Mann, diese... Ich kann es euch nur empfehlen, spielt das Spiel selbst mal. Ist es einfach nur mega geil. Deswegen ist es einfach nur wirklich mega, mega geil. Warte! 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 Ich will Star Lily jetzt trainieren. Paket erhalten Auf jeden Fall, Leute, ich weiß nicht, wie wir es mit dem Zusatz-Event machen, weil ich ja auch die ganzen legendären Pokémon haben will. Deswegen. Deswegen muss ich gucken, dass ich irgendwie an die, äh, die Dings rankomme. Arzog, die Arzog, die Arzogs und 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 und. So, immer starke Lili zu mir hin. Oh, wir lüten den Tackle ein. Oh, wir talen mal auf den Flick vor. Bad Tackle. Bunt. Bad. Melitia brauchen bin ich, weil Melitia für mich ein unnötiges Pokémon. Bad. Hmm. Ich glaube, ich habe einen Schlaghalil in Level 3 geklappt. Schlaghalilin. Gegen Schlaghalilin Level 3. Ah. Ja, dann würde ich sagen, ich kaufe schon mal aus dem Limpfer wieder. Weil, ähm, Schlaghalilin noch zu schwach ist. Denn Level 3 der Schlaghalilin nicht klappt. Ich hätte mir noch ein bisschen bänden können, ja. Ich lese jetzt Tackle ein. Jetzt kriege ich da das Punt ein. WAHZ! Ich lese jetzt Tackle ein. Ich lese das Punt ein. Das war's nicht wahr. Ich hab das nicht so gut gemacht. Ah ne, ich habe das nicht verstanden. Ich hab das nicht verstanden, nein! Ich habe das nicht verstanden, wenn ich das nicht verstanden habe. Zahalili Level 2 erscheint. Zahalili Level 2. So, wechselt noch Blimper ein. So, wechselt noch Blimper ein, ein Kapino abgezogen und baden. Fast down. Und? Oh, geil. Tankerhalten, geil. Oh, jetzt habe ich gespeichert. Warte, Kniffel. Äh, da ist B, sozusagen. Dafür nehmen wir es mal Blimper. Wieder heilen, so. Nein, B. Zahalili Level 3 gegen Zahalili Level 2 noch. Zahalili Level 2 noch. Naja, wir sind hier. Zahalili Level 2, mit der Blimper. Zahalili Level 2. Zahalili Level 3 bei Zahalili Level 3. Und wir haben jetzt keine Zahalili Level 3. Das ist nicht mehr an der Blimper. Zahalili Level 3. Zahalili Level 3. Zahalili Level 3. Zahalili Level 3. Nee, das ist fast dauernd der Gegner, dass Parallelie nach so viel Völkungen hier entnehmen. Ich glaube, Parallelie hat zwölf, stimmt aber nicht. Ich glaube, Parallelie ist fast dauernd der Mai. Ich glaube, Parallelie ist fast dauernd der Gegner. 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 Okay, jetzt. Ich bin gleich nur 7 Stunden bis Silvester. Bis Neujahr quasi. Für mich. Weil ich es auch immer ein Jahr aufnehme. Quasi im Jahr 2018. Dieses Jahr 2019. Wo ihr es seht, wird geil. Also für mich nächstes Jahr für euch. Am 2. Januar. Rouse und ja. Ich habe jetzt überlegt, dass ich ein bisschen mehr Pokémon bringe. Weil die Spielereihe einfach geil ist. Ich weiß nicht, wie die Edition Diamant. Ja klar, die Hardgoat ist nice. Loat Saber ist nice. Schwartzweiß ist nice. Schwartzweiß ist nice. Schwartzweiß ist nice. Schwartzweiß ist nice. X war auch eine ganz coole Edition. Ja, X war halt auch einfach ein geil, wieder geil. Weil die Grafik habe ich gefeilt. Wichtig bin ich am meisten gefallen. Das war Diamant. Klar. Nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen. Schwarz. Weiß. Das war Teil 2. Das kommt auch noch heute. Das sage ich euch. Das wird auch noch mal kommen. 8 EP. Also 8 EP! Sein die Gegner über diskten sich Tor Gaben zu里 revolutionieren... der Abjournspol venpitinen den auch, der der St font ist .. Found them off王 treatment Das ist immer soreas Ah.. ich glaube wir haben sie noch aktiv Also ich nenne die Folgen alle erster nach am Comic ich habe einige termine dann bin ich halte man dann falle immer zu meiner oma runter januar ich habe so viel zu tun starrer starrer lily schau mal auf 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 Lilli ausliegt Captain. Bliep, 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 bliep! Klimfer kommt in die Karte, das passt die Fehler in! Und? Oh, zu knapp. Temperei ist Level 8 gleich. Klimfer erreicht Level 8. Da, 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 da! Da, Lilli erhält 12 und Klimfer erreicht Level Nr. 8. Klimfer, dann Klimfer. Blub, blub, blub. Dann werden wir zum Pokémon Center, wenn ich mal rennen könnte. Äh... 2 Eingaben? Dann... Ich möchte meine Pokémon heilen. Ich will sie heilen verdammt nochmal! Schneller! Gut Leute! Ich wollte ganz, 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 ganz kurze Aufnahmepause. Aber es wird nicht mehr, weil ich jetzt den... Die Folge oft beende, Leute. Lass noch dazu sein, Leute. Witzig, gefallen. Lass ein Abo da. Die Bemerkung. Alles drum und dran. Das gesamte Paket aktiviert die Glocke. Damit ihr keine weiteren Folge mehr verpasst. Und ja... Ich würde mich freuen, wenn wir dieses Jahr... Ein paar mehr Abos noch kriegen. Komm, Leute. Kriegen wir hin. Ihr seid mega... Die geilste Consumency der Welt, Leute. Ich feier euch. Ihr seid alles Ehrenmänner, Ehrenfrauen. Ihr habt Ehre über euch, Leute. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!